Hallo und damit herzlich willkommen zu Sachsenets Player Adventskalender, Tag Nummer 3 mit meiner Wenigkeit, na hi, grüße. Schön, drei Tage habt ihr schon rumgebracht in dieser wundervollen Weihnachtsstimmung. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, ne, ich hab ja kein Radio, ich hab kein Fernseher, schellt schon überall Last Christmas, ne, I gave you my heart, das ist wunderbar, oder? Es könnte nicht nerviger sein, wenn es keine Copyright-Mucke wäre, würde ich das auch hier mit voller Tröhnung aufdrehen und würde euch jeden Tag damit auf den Sack gehen wollen. Aber naja, gut, heute ist Tag Nummer 3, aber erstmal die wichtigste Frage, EU West, wer hat denn gestern abgesahnt? Die Gewinner werden jetzt hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch und, äh, ja, ihr müsst auch wieder folgendes tun. Ihr habt eine E-Mail von Git bekommen oder eine Benachrichtigung bei Git auf der Seite selber, die müsst ihr bestätigen, dort gebt ihr bitte eure Adresse an, plus E-Mail-Adresse, ja, und dann, dass ich das Ganze an eure Adresse versenden kann. Wenn ihr das zeitnah macht, kommt das sogar noch diese Woche an. So später ihr das macht, desto später kommt's. Und gerade wenn's jetzt auf dieses Weihnachtsding zugeht, wird's dann halt immer später, beziehungsweise sogar danach. So. Eine Anmerkung noch zum Türchen Nummer 1, äh, der Gewinner von der LS19, äh, Platinum Edition. Du hast dich noch nicht gemeldet. Franz, ist es, glaube ich, wenn mich nicht alles durch. Franz, bitte melde dich. Sonst wird nämlich zeitnah ein neuer Gewinner von Git automatisch ausgelost. So, ansonsten, heute Türchen Nummer 3, wir gucken mal rein. Ist ja gleich dementsprechend hier vorn. Mal gucken, was heute so Tolles drin ist, ne, ganz klar. Ansonsten, ach so, geht die ganze Scheiße mal hier wieder zu. Schön Plaste. Also wirklich, 24 Plastetüchen, äh, Tütchen, ist auch, ist, 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 ist auch eine nette Sache. So, weg damit. So, wir haben einen Lebkuchen, äh, Skin. Wahnsinn, ne, Wahnsinn. Ich hoffe, das sieht man. So, Wahnsinn. Guckt mal, ich zoome sogar für euch ran. Ist das nicht, ist das nicht großartig? Das, das, das ist doch großartig hier, oder? Oh, schön. Schön, 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 ne? Ach, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, hat mich sehr gefreut. Ähm, es kommt natürlich ein neues, äh, Gewinnspiel, ganz klar, Türchen Nummer 4. Was könnt ihr denn heute gewinnen? Auf Platz Nummer 1. Kriegt ihr einen Wandkalender? Ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich hab mir gedacht, hey, vielleicht für den einen oder anderen, lass ich sowas noch hinhängen, der nicht nur aufs Smartphone guckt. Einen Traktoren 2020, äh, Traktorenkalender. Masse stehen mit dabei. Das ist Platz Nummer 1. Und Platz Nummer 2 als kleinen Großpreis ist ein Siko, äh, äh, John Deere, eine John Deere-Raupe. Also, so ein Ding, ihr seht's ja gerade eingeblendet. Masse sind mir momentan nicht so richtig bekannt, aber das müsste die gleiche Größe sein, wie bei Giants, in den Collector City schon immer diese Siko-Modelle sind. Ungefähr, aber so müsste es sein, wenn ich müsste das Siko-Ding einfach mal googeln, wenn's euch interessiert. Ja, das ist Platz Nummer 2. Das könnt ihr dementsprechend gewinnen. Link dafür ist in der Videobeschreibung, wie immer verlinkt, ne, ist ganz klar. Ja, und ansonsten, vielleicht noch eine kleine Verabmerkung, was gerade bei solchen Gewinnen, wo ich eure Adresse brauche, ich brauche eure Adresse. Sprich, wenn ihr mir eure Adresse nicht geben wollt, dann macht bitte erst gar nicht mit, weil das ist dann alles nur Nerverei hin und her, ne. Also, von daher, ich brauche da eure Adresse, ich mache mit der Adresse nix, ich schicke euch das da hin, ne, und dann fliegt das Ding weg. Ja, was will ich damit, deswegen. So, ja, ansonsten, blöd gewesen sein, heute ist Dienstag, ne, ist heute Dienstag? Heute ist Dienstag, heute ist ja das Wansch rausgekommen, Wahnsinn, oder? Ja, ähm, weil gefragt worden ist, äh, ab wie viel Grad man das Golumpe hier einschmelzen kann, wegen Versenden, Jungs, das ist, äh, Kunststoff. Also, das ist nichts Hochwertiges, also wenn er das verbrennt, das, äh, das qualmt eher und macht giftige Gase, aber edle Metall kriegt er dadurch nicht raus. Das nochmal so vorweg. Gut, wir sehen uns morgen in aller Frische wieder, was da kommt, lasst euch überraschen, in dem Sinne, haut rein, peace.